8. Mai 1916. Emiles Bataillon wurde ausgesandt, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Eine Schlüsselstellung in der deutschen Verteidigung. So, wie immer schaue ich erstmal nach links. Gibt aber nichts. Dann können wir weitergehen. Kommst du nicht mit, Freddy? Klar kommt er mit. Also, da unten ist es wohl gefährlich und hier oben ist es gefährlich und da hinten ist es doppelt gefährlich. Kann ich da... Ah, aber drüberlaufen kann ich schon. Das heißt, hier könnte ich jetzt graben, oder? Theoretisch. Ne. Oder mein Hund? Ne. Ja, da ist ja kein Schild. Also müsste ich doch eigentlich hier graben können. Ne, da graben wir nicht. Sehr schön. Da gehen wir nicht weiter. Schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Ja. Hey, Walt. Ja, wo ist denn jetzt unser Hund? Jetzt gehe ich den ganzen Weg nochmal zurück, aber ich glaube, das ist eigentlich... Eigentlich Blödsinn. Ja. Hm. Ist doch unser kleiner Bad. Kann ich hier nicht schaufen. Kommt das nochmal? Oh ja. Das war jetzt über Glück. Kann ich da auch weiter? Noch eine Schaufel? Grabenschaufel. Grabenschaufel der französischen Armee. Die Schaufel war zu kurz, um einen echten Nutzen beim Buddeln von Gräben oder Tunneln zu bringen. Daher schärften die französischen Soldaten die Schneide des Werkzeugs, um daraus eine effektivere Waffe als ein Bayonett zu machen. Oh. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir da nicht irgendwie drankommen. Oh, 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 oh. Da kommt der von hinten auf. Ah, da ist unser Hund! Geh mal durch das Loch da. So. Ich schau mal hier runter. Vorsichtig. Oh, oh nein. Ich dachte, ich kann da noch zweimal graben. Ah. Das war jetzt nicht so klug. Wahrscheinlich hört es hier gar nicht auf. So, schön abgelenkt. Gleich der Ofen ausgegangen. So. Oh, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Und Fakten. Achso, wahrscheinlich haben wir nur Fakten. Schau mal gleich. So, Fond d'Ouermont. Fond d'Ouermont. Dieses symbolträchtige Fond ist während der Schlacht von Verdun von beiden Seiten propagandistisch ausgenutzt worden. Im Februar 1916 wurde Fond d'Ouermont von den Deutschen eingenommen und im Oktober unter schweren Verlusten von den Franzosen zurückerobert. Während der deutschen Besatzung kam es unvermittelt zu einer Explosion, der 800 Soldaten zum Opfer fiel. Dies war nicht das Werk eines Saboteurs, sondern ein schlecht ausgelöschter Kocher, der ein Feuer entfachte, das sich bis zu den Treibstoff- und Munitionsvorräten ausbreiten konnte. Die Flammenwerfer Im Februar 1915 kamen die ersten Flammenwerfer zum Einsatz. Auch wenn die Zahl der Soldaten, die dieser Waffe zum Opfer fielen, überschaubar ist, war ihre psychologische Wirkung verheerend. Zuerst wurde die Waffe von den Deutschen eingesetzt, doch dauerte es nicht lange, bis Franzosen und Briten vergleichbare Waffen besaßen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Waffe waren beschränkt, aber die Angst, die sie verbreitete, war umso größer. Schauen wir mal kurz, ob wir auch Tagebucheinträge haben. Das sind Hinweise, Tagebücher. Ah ja, haben wir auch eins, von Freddy. 21. Februar 1916 Emil hat mir heute das Leben gerettet. Was für ein Granatbeschuss. Ich muss meinem jüngeren Bruder schreiben. Er macht sich Sorgen um mich. Okay, also unser Hund würde den ja echt lange ablenken. So, dann drehen wir ihn mal um. Gucken mal, ob wir uns hier irgendwie stecken können. Ah ja, perfekt. Jetzt sind wir einfach ein bisschen nach rechts gegangen und schon kann er uns nicht mehr sehen. Da ist nix, oder? Mhm. Warum leuchtet das so? Ist da was drin? Nee. Also ich kann die alle mitnehmen. Und könnte die irgendwie aufbauen. Kann ich die mit raustragen? Ah ja. Lenk den mal nochmal ab. Ach so, wahrscheinlich kann ich den einfach K.O. hauen. Äh. K.O. hauen funktioniert, glaube ich, anders. So funktioniert K.O. hauen. Emil! Ah ja. Vereine ich ja schon. Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann kann ich hier noch einen Schalter betätigen. Erholt der Typ sich wieder, dann würde nämlich... Aha, dann würde der nämlich eingeräuchert werden. Wahrscheinlich muss ich das selbst machen. Leere Holzkiste. Eine leere Holzkiste wurde von einem deutschen Soldaten als Gepäck genutzt. Koffer waren noch nicht weit verbreitet und ärmere Soldaten packten ihre Sachen für den Krieg in einem Ranzen oder in Holzkisten. Ähm... Ich schaue nochmal runter. Okay, also er hat sich nicht wieder erholt. Wahrscheinlich muss ich das dann selbst machen. Er hätte sich den Wagen auch einfach hier näher her schieben können. Schau mal. Aber irgendwie rausnehmen? Rausnehmen will er nix aus dem Wagen. Ja gut, es ist ja auch ausgegangen. Wir müssten das jetzt erstmal wieder irgendwie anzünden. Nehme ich nochmal eine mit? Und wenn ich mich jetzt dahinter stelle? Achso, der kann den nicht. Okay. Ich kann es ja nochmal hoch machen. Hm. Interessant. Uns fehlt auch noch ein Teil. Vielleicht ist es hier drunter oder so. Stellen wir die mal zur Seite. Ja, ich glaube, das ist ein unerschöpflicher Vorrat. Hm. Hm. Ist der wieder aufgewacht? Nee. Okay. Also wie könnte ich das anzünden? Da oben ist Dynamit. Unser Hund kann nirgendwo hin. Ah, natürlich. Wir können das ja bewegen. Und hier ist ein Heini mit einem... Na. Wie heißt es? Ja, mit Feuer halt. Das heißt... Das machen wir jetzt ganz gut. Und lassen uns das einfach mal anzünden. Oh. Und jetzt wissen wir auch, wieso wir die Puppen brauchen. Der ist nämlich gar nicht beeindruckt davon, wenn ich das einfach so mache. Ganz schön schwer, diese Puppen. Ah. Und es brennt. Und wie nehme ich mir da jetzt eins raus? Muss ich ganz hinfahren vielleicht? Ah ja. Das ist eigentlich voll gemein. Ach, ich komme sogar nicht zurück. Ich muss wieder den gleichen Weg nehmen wahrscheinlich. Äh, bin ich nicht von da gekommen? Oh. Dann komme ich da wahrscheinlich gar nicht zurück. Ach, ja. Ich kann ja vielleicht mich einfach hier drauf stellen. Beziehungsweise... Ich habe gerade gesehen, dass der Freddy da oben steht. Ähm. Wenn ich jetzt den ein bisschen ablenke, dann könnte der Freddy vielleicht weiter. Ach, ja. Obwohl, der denkt gerade an Dynamit. Wieso denkt der an Dynamit? Da liegt welches. Kann ich irgendwie den Freddy spielen? Ich kann dem Hund was sagen. Dem was? Hm. Ich kann ihn aber auch nicht mehr hier durchschicken zum Beispiel. Also... Ich kann ihn aber auch nicht mehr hier durchschicken zum Beispiel. Also... Ich kann nochmal hier hoch gucken. Ah, das Dynamit ist doch so nah. Hm. Ah, okay. Genau andersrum. Also ich dachte... Oh Gott, bitte verbrenn meinen Hund nicht. Ah, okay. So. Kaputt machen. Hundilein reinschicken. Oh Gott. Okay. Okay. Und... Und... Geschafft. Und... Geschafft. Und der hier nicht drückt. Ach, jetzt auch. Okay. So, du gehst dann mal durch. Oh. Na also... Es wäre aber auch wirklich langsam peinlich, wenn ich jedes Mal, wenn ich jemanden mit der O schlagen möchte erwischt werde. Oh. 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 Okay. Oh. 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 An dieser Stelle. Wir kommen ja hier nicht weiter, springt das dann die Tür auf. Dann soll aber der Hund lieber nochmal herkommen. Ups. Ja, wieso kommst du denn nicht? Ah, okay. Schauen wir mal, ob das klappt. Ah ja. Super, du darfst wieder rüber. Ach so, man muss immer das einklicken, wo er durchsollt und nicht wo er rauskommen soll. Okay. Immer wieder ein Endgegner. Oh Gott. Ach so. Uah. Geht das hier auch nochmal aus? Ah ja. Dann hole ich mir mal ein Dymamid. Vielleicht kann unser Hund auch noch eins holen. Oh. Wenn wir da durchkommen, dann sind wir ja nur wieder irgendwie. Naja. Schnell! Und durch. So, hier gibt es nochmal Dymamid und ein kleines Loch für unseren Hund. Das hat er ja schön gemacht. Okay, was soll das bringen? Wach nochmal. Schmeißen wir das einfach mal hoch? War da hinten noch eine Tür? Schmeißen wir es einfach mal nochmal viel weiter? Ach, hier ist ja noch eine Tür. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur durch die wieder zurück. Ja, aber dafür hätten wir das da oben ja nicht gebraucht. Oh. Aber da liegt ein Dach. Ah! Vielleicht müssen wir das da oben reinschmeißen. Oh. Komm mal mal. So. Hey, oh. Vorwärts, sauhaufen. Cheid, pardon. Los, 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 los. Oh. 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 Gibt es hier noch was Schönes für uns? Nö. Gar nichts. Okay. Zwischendurch mal den Hund streicheln, weil das macht er ja so schön. Wo ist er jetzt hin? Uah! Ich schau mal kurz runter. Äh, ne. Ich glaube, das fährt gleich runter, oder? Ah, ich trau mich nicht. Ah, da hinten. Was macht der Knoll? Ach, komm. Jetzt habe ich es nicht angezündet. Okay, noch mal. Jetzt aber. Einmal. Jetzt müssen wir den Knopf nochmal, oder? Ja, für den vor da ran. Ah, knapp. So. Sollten wir weiterkommen. Ja. Halt mal. So. So. Ah, der Vater von der Anna. Schau mal kurz, ob es da noch was gibt. Nee. Mach das nicht. Dreckig. Wohl. Nein. Hey. Okay. Weg. 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 Weg heiß. Mhm, okay, jetzt spielen wir wieder ihn. Was gibt's hier? Ja... Deutscher Ring, ein Eisenring mit der Inschrift Gold gab ich für Eisen, den man im Rahmen eines deutschen Programms zur Kriegsfinanzierung im Tausch gegen wertvolle Gegenstände erhielt. Hm? Kann man auch dahinter? Nee. Ähm, hier ist sonst nichts weiter, aber hier liegt was. Bauplan. Der Bauplan der letzten Erfindung von Annas Vater. Ein Viertaktmotor, das ist mal eine Maschine. Was zum Teufel ist das? Ach, die sind da eingesperrt, die kommen da gar nicht weiter. Na dann drehen wir doch mal hier am Rad. Was? 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 Ah, ich glaube ich muss es einfach mal austarieren. So ungefähr? Jetzt war es zu spät. Schau mal nochmal. Also wenn ich das jetzt ungefähr auf die oder vielleicht sogar ein bisschen auf die Höhe machen würde. Ach so. Das hatte glaube ich nur einmal die Verwendung. So. Und jetzt, da, muss ich einfach nur gut, gut werfen und nicht so beschissen, wie ich es gerade mache. Das gibt's doch nicht. Jetzt rutscht's. Oh nein, das reicht nicht. Vielleicht muss ich es doch durchwerfen. Ach, jetzt ist es schon wieder vorbei. Also nochmal. Also wir drehen das hier ganz nach oben, machen das Rohr zu, es fängt an zu brennen. So. Dann kommt es wieder runter. Was passiert jetzt so weit unten ist? Ähm. Dann landet es halt höchstens drauf. Ah, vielleicht ist das gar nicht schlecht. Unser Hund kann auch nichts machen. Ich dachte eigentlich, das Dynamit muss rutschen und dann auf den, auf den Panzer fallen. Aber irgendwie funktioniert das so nicht. Ah! Das war gut. Jetzt muss er noch einmal vorfahren und es muss explodieren. Und, und, und? Toll, es ist gar nichts passiert. Dann muss es ihm doch auf den Kopf fallen, glaube ich. Ah, dann muss ich es vielleicht nur ein bisschen höher hängen. Damit, ähm, damit es so abprallt, dass es weiter hoch fliegt und ihm auf den Körper fällt und nicht auf den Panzer. Ja, das versuche ich jetzt. Wir schaffen das. Pass auf. Einmal hoch. Und dann ungefähr mal auf diese Höhe. Und dann werfen wir das mal so. Ah ne, das war halt nicht gut. Eher so, oder? Ne. Bisschen niedriger noch. So. Niedriger. Ne, noch niedriger. Ohne. Noch niedriger. Moment, ich muss grad rumpuppen. Ne, niedriger, niedriger muss ich. Ach. Eher so. Ach. Und dann muss man aber auch noch werfen können. Und den richtigen Moment abwarten. Nein! Okay, wir kommen noch einmal vor. Jetzt. Nein! Ah. Okay. Laufen. Hoch. Na. Runter. Runter. Auf. Mai. Machen wir es mal so. Dynamit nehmen. Werfen. Sollte passen. Okay. Kurz abwarten. Troffer. Oh, Mann. Wieso hat es nicht getroffen? Jetzt, jetzt, jetzt. Kommt her fort. Nein! Es ist wieder rausgeflogen. Das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Wieso hat es nicht getroffen? Also, ich mache irgendwas falsch, sage ich. Ja, wenn ich es richtig machen würde, hätte ich es ja schon geschafft, ne? Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Also, ich habe jetzt überlegt, dass das in dem Panzer vorne, das ist da ja so gebogen, dass man da vielleicht das Dynamit reinwerfen muss. Aber da ist es ja auch gleich wieder rausgefallen. Ähm. Eigentlich denke ich auch immer noch, dass das Dynamit hier so runterrutschen muss. Aber, also, das geht gar nicht, wenn ich es höher mache, sodass es hier runterprallen muss und ich es wirklich so dagegen werte. So. Zack. Zack. Ja. Mann. Oh, Mann. Ich habe viel zu kompliziert gedacht. Toll, jetzt rutscht es die ganze Zeit vorbei. Jetzt habe ich getroffen. Oh, endlich. Oh, Mann. Oh! Wah! Boa, Mann. Obwohl die Festung teilweise zerstört war, hielten die Deutschen ihre Stellung. Der Angriff war fehlgeschlagen. Untertitelung des ZDF, 2020